Eugen Wüster war ein österreichischer Interlinguist und Begründer der Terminologie-Wissenschaft. Leben Eugen Wüster begeisterte sich mit 15 Jahren für Esperanto und trat bald als Übersetzer und Autor verschiedener Monografien und Artikel insbesondere zu Fragen der Esperanto-Terminologie und Lexikografie hervor. Er machte eine Lehre zum Elektrotechniker und übernahm später die väterliche Fabrik. Zwischen Sommer 1918 und 1920 erarbeitete er als 20- bis 22-jähriger Student im Kern das Großwörterbuch Enzyklopädisches Wörterbuch Esperanto-Deutsch, das bis heute hinsichtlich Detailliertheit und Zuverlässigkeit unübertroffen ist. Die dabei gesammelten Erfahrungen bildeten die Grundlage für seine Stuttgarter Dissertation Internationale Sprachnormung in der Technik. Besonders in der Elektrotechnik Berlin 1931, die als Grundlagenwerk der Terminologie-Wissenschaft gilt. Später wandte er sich der Plansprache Interlingua zu und beteiligte sich an der Redaktion der zweiten Auflage der Interlingua-Gremma. Aufgrund seiner Forschungsarbeiten zur internationalen technischen Verständigung wurde 1936 der Ausschussnummer 37 für Terminologie-Normung im Internationalen Normenverband eingerichtet. Wüster prägte die internationalen Grundsätze der Terminologie-Normung entscheidend und trug Wesentliches zur Grundlegung der modernen Informationsgesellschaft bei. Er unterrichtete an der Universität Wien. Aus seinem Nachlaus wurde dort am Institut für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung das Eugen-Wüster-Archiv eingerichtet. Für besondere Leistungen in der Terminologie-Forschung und Wissenschaft wurde von Infoterm finanziell unterstützt durch die Städte Wien und Wieselburg sowie das Internationale Institut für Terminologie-Forschung und ideell unterstützt durch die österreichische UNESCO-Kommission, die österreichische Nationalbibliothek und die Universität Wien, der alle drei Jahre vergebene internationale Eugen-Wüster-Preis gestiftet. 2005 wurde einmalig der Eugen-Wüster-Sonderpreis vergeben. Veröffentlichungen Engiclopédia Fort Auro Esperanta Germana Ferdinand Hirth und M. Sohn Leipzig 1923 La officielle radica rocun en condo coca aj notui Esperanto Verlag Ella Sieg und M. Borell Berlin und Dresden 1923 Massin Facker Esperanto Fort Auro Pre-Elementa Ferdinand Hirth und M. Sohn Leipzig 1923 Esperanto und der Techniker Die Bedeutung der Welthilfssprache Esperanto für den Techniker, ihr Wesen und ihre Ausbreitung seit dem Weltkriege. Zweite Auflage Esperanto Verlag Ella Sieg und M. Borell Berlin und Dresden 1924 Die Verhältniswörter des Esperanto Zugleich eine allgemeine Funktionslehre der Verhältniswörter seiner Quelltsprachen. Esperanto Verlag Ella Sieg und M. Borell Berlin und Dresden 1924 Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. VDJ Berlin 1931 Zweite ERW Aufl Die Herstellung der Sägeblätter für Holz Eine Betriebsführung für Sägewerker und andere Sägenfachleute Bibliography of Monolingual Scientific and Technical Glossaries 2 BDE UNESCO Paris 1955-1959 Grundbegriffe bei Werkzeugmaschinen Technical Press Economic Commission for Europe of the United Nations London 1967 Benennungs- und Wörterbuchgrundsätze Ihre Anfänge in Deutschland In Muttersprache 1973 International Bibliography of standardized vocabularies Bibliography internationale de vocabularies normalises Internationale Bibliography der Normwörterbücher Initiatet bei Eugen Wüster Prepet bei Helmut Felber 2 NDET Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie Dritte Auflage Romanistischer Verlag Bonn 1991 ISBN 3899134016 Übersetzungen Introduction to the General Theory of Terminology and Terminological Lexikography Springer Fien 1979 Introduction à la Theorie Generale de la Terminologie à la Lexikographie Terminologique Gösterm Universitari de Linguistica Applicada Universitat Ponteufebre, Barcelona 1998 ISBN 84477-06486 FİZM 8886 EGEEP FFC